Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies mit mir, Dacra, ja. Wie lange ist es erst, seitdem ich das jetzt mal aufgenommen habe? Zwei, zweieinhalb Monate. Ja, das ist ja eine lange Zeit. In einem der letzten Parts habe ich ja noch erwähnt, dass der Bach gestorben ist. Naja, kam etwas zu spät. Das habe ich dann wohl am 1. Oktober aufgenommen und so um den 1. Dezember dann hochgestellt. Naja, das ist ein Nachteil davon, wenn man sehr viel auf Vorrat aufnimmt. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt irgendwie. Also, ich habe es nicht verlernt, wie man das playt. Aber das glaube ich nicht. Ne, das wäre ja auch etwas zu hart. Komm, komm, los, 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 los. Jetzt muss ich hier nochmal was kaufen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich hier jetzt machen wollte. Das ist ja so lang her. Ähm, haha. Ich habe nichts mehr im Kopf. Ah, ich glaube, ich wollte Minischmiele und dann Rätsel machen. Überleben habe ich mir dann... Genau, überleben. Mhm. Wann soll ich das machen? Hm. Ich glaube, überleben mache ich dann... Ne, überleben mache ich dann nach dem Abenteuer. Denn man kann ja noch ein zweites Mal das Abenteuer spielen. Es regnet, Pflanzen. Pflanzen. Ah, einer meiner Lieblingslevel. Also, auf die Plätze, fertig, Pflanzen. Ja. Oh, Mann. Echt krass. Zweieinhalb Monate. Das ist wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ja, komm. Regne mehr. Ah. Stell ich einfach mal hier auf, denn hier habe ich... Jetzt nicht wirklich so die Sicht. Und weiß nicht, was kommt. Ja, jetzt habe ich die Sicht. Scheiße, den nicht mehr aufheben sollen. Waren Balam-Zombies dabei, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Dann packe ich den mal hier hin. Vielleicht kriege ich ja hier irgendwas Nettes. So was wie Erbsenkanonen oder so was. Aha. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich in den letzten Parts gemacht habe. Also, wenn ich jetzt irgendwas Besonderes vorhatte, dann habe ich keine Ahnung mehr. Echt, ich weiß gar nichts mehr. Bitte? Ach, da. Ähm. Pam. So. Ja, etwas blöd, wenn ich jetzt keine Verteidigungspflanzen kriege. Ja, das ist wirklich sehr blöd. Hallo. Alter. Echt, ich hasse diese zufallsbasierten... Drecks... Minispiele. Äh, hier hat mehr Sinn. Genau. Weil der ist etwas weiter vorne und ich treffe dann beide. Naja. Alter. Nein. Ich brauche was zum Angreifen. Jetzt weg mit denen. Ich will was Richtiges. Das ist doch echt zum Verarschen. Das ist die reinste Verarsche hier. Los. Ach, hier kommt ja was. Ja, der hält jetzt nicht mehr lange durch. Oh, ja. Oh, oh. Nein. Nein. Ich bin so dumm. Haha. Ich bin so schlecht, ey. Das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie man spielt. Ja, hallo. Wie soll ich das jetzt machen? Ich hab doch gar nichts. Oh, naja. Ich hab ja hier noch diese... Letzte Abwehrlinie. Hier. Echt, ich hasse diesen Drecksnebel. Wehblätter. Ja. Ich tu dir gleich weh mit meinen Blättern. Muss er kacken, oder was? Schnapper. Ja, wie kann ich die jetzt benutzen? Ja, etwas blöd. Achso, die ganzen Lecks in den letzten Parts, ähm... Daran kann ich mich noch erinnern, ja. Ähm... Die kamen wohl, weil... Ähm... Was sehen kann ich noch mal? Äh... Achso, genau. Meine Festplatte war ziemlich voll. Weh die ganzen Parts. Ich glaub, ich hatte nur noch 50 von 1000 Gigabyte frei. Oh, ein Diamant. Das ist toll. Ah, Kaktus. Eine Kaktusse. Mhm, hier kommt nichts. Hier bräuchte ich was und hier noch was. Ach, und hier natürlich auch. Oh nein. Oh Mann. Jetzt muss ich diesen Scheiß auch noch einsetzen. Ach, komm. Äh... Der hier allein ist zu schwach. Oh, oh. Oh, oh. Sieht gar nicht gut aus. Gar nicht gut. Alter! Kannst mir jetzt mal was richtiges geben? Ja. Ham, 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 ham. Ja, friss das dann, wirst du von dem hier. Ich wollte schon vergast sagen. Aber das ergibt ja keinen Sinn. Okay, was nimmt er jetzt? Ist so eine Schlampe. Warum nimmt er nicht? Egal. Warum nimmt er denn nicht den Kürbis? Was ein Scheiß. Ja, das ist irgendwie sinnlos. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hier hängt ja. Na ja, langsam habe ich ja auch nur einigermaßen brauchbare Verteidigung. Ja, brauchbar nicht wirklich. Ja, hier, hier nützt sie doch was. Ah, ja. Ah, ja. That's good. Ja, los. Ach so, genau. Ja, auch Entschuldigung wegen den letzten hartlosen Tagen, aber ja, mein Hals war so ziemlich im Arsch. Man hat kaum meine Stimme gehört. Es hätte wenig Sinn ergeben, wenn ich da aufgenommen hätte. Okay, hat gerade so geklappt. Wohin? Packe ich den hin? Hier hin. Ah, jetzt ist der... Egal. Ich will ja hier wie der letzte Jude alles Geld einsammeln. Echt, ich sollte auf meine Wortwahl achten. Hier hin, ja. Obwohl, hier ist eigentlich ziemlich ungeschützt. Naja, naja, jetzt nicht mehr. Am, 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 am. Ah, Diamanten. Geld, Geld, Geld. Mhm, komm. Ah, endlich mal was für die Sicht. Oh. Ah, das ist gut. Gib mir dein Eimer, den kann ich verkaufen. Aha, ich sollte meine Fresse halten. Wohin kann der hin? Ich denke mal hier macht am meisten Sinn. Irgendwie. Ah, das ist gut. Auch noch ein Stern, ne, Alter. Ah. Ich behalte meine Gedanken für mich. Hm. Hm, hier hätte ich... Nee, nee. Ja, war schon richtig hier. Obwohl, hier ist sau ungeschützt, ja. Weil hier frisst er. Obwohl, hier auch, ja. Hm, naja. Dieser komische Ton im Hintergrund war, äh, übrigens mein Drehstuhl. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich hätte einen fahren lassen. Ach, hier nicht. Ja, aufholen. So. Reicht ja auch. Ja, das, das Level sollte auch. Ja, ja, das schaffe ich noch in diesem Bad. Aber auf jeden. Aber auf jeden. Ja, la, 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 la. Ah, ja, das ist jetzt irgendwie kacke gelaufen. Hätte ich eigentlich hier hin machen sollen? Ja, das, das wäre gut gewesen. Aber warte soll's. Ah, okay. Der brennt dann. Ja, oh, oh, man. Komm schon. Achso, ja, neue Projekte habe ich auch geplant. Ähm, also, ja, habe ich schon vorhin erwähnt, dass, dass, äh, in den letzten Tagen keine Videos kamen, weil, weil mein Hals im Arsch war. Aber so richtig auf analen Niveau. Man hat echt nichts verstanden von dem, was ich geredet habe. Deswegen konnte ich auch nicht aufnehmen. Deswegen gab's keine Parts. Seit drei Tagen, glaube ich. Ne, ne, seit zwei Tagen. Ja, 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 na, heute lade ich nichts hoch, weil... Ich hab ehrlich keine Lust, irgendwie jetzt noch zu rendern und dann noch, was weiß ich, was zu machen und, ne. Das mach ich dann alles ganz gemütlich morgen und hab ich auch morgen was vorzuzeigen. Dann hab ich drei Tage nichts hochgeladen, aber... Ja, was auch in letzter Zeit irgendwie der, häufiger der Fall war, aber das soll, ähm, in Zukunft nicht mehr so sein. Hm. Ähm, genau, zukünftige Projekte, also diese Woche wird jetzt, also dieser Part wird hier am Montag aufgenommen und wahrscheinlich am Dienstag hochgeladen. Äh, zukünftige Projekte. Ich hoffe, dass ich noch vor Freitag, ähm, nochmal zum Aufnehmen komme und dann Phoenix Wright, Ace Attorney Spiele. Ja, das ist ein cooles Spiel, genau. Oh, Mann. Ähm, ähm, was kommt noch? Was hatte ich noch vor? Genau, äh, Pokémon, Pokémon Weiß Edition 2. Ich wollte ja das eher, äh, direkt zum Release spielen, aber... Jaja, da gibt's, da ging's hier, da gibt's... Da, da, da... Ah, Schwanz im Mund, Versprecher. Oder Widerspruch auch gegen, naja. Ähm, es gab Probleme mit der ROM. Direkt am ersten Tag war sie irgendwie nicht verfügbar, am ersten oder am zweiten Tag war die ROM für die schwarze Edition 2 verfügbar, aber nicht für die weiße Edition 2. Habe ich mich erstmal übelst aufgeregt und, ja, konnte das ja nicht let's playen, weil ich ja unbedingt die weiße Edition spielen will. Ähm, was dann, was dann? Genau, jetzt gibt's ja die weiße Edition, ich glaube, ich hab sie sogar auf dem PC. Ich muss dann eben nochmal alles überprüfen, ob das geht. Ähm. Ob der EP-Patch schon drauf ist. Wenn nicht, hab ich verkackt, denn ich kenn mich dann überhaupt nicht aus. Wieso vieles... Ja, ich kenn mich ja mit vielem nicht aus. Ja, toll. Ähm. Ja. Und dann startet das auch bald. Dann hatte ich vor. Aber das ist dann schon wieder... Ja, das kommt vielleicht einen Monat später. Ähm, let's play zu The Binding of Isaac. Habe ich vor, 100% zu spielen? Ich hoffe, das geht noch. Also, ich hab keine Ahnung, ob man irgendwie von Anfang an dabei sein musste. Ob seit dem Patch nicht mehr irgendwie 100% möglich ist, denn ich hab irgendwie sowas gehört. Dass nach einem Patch nicht mehr 100% möglich sei. Außer man hat eben früher angefangen zu spielen. Ich hoffe, dem ist nicht so. Das war ja mal richtig kacke. War so richtig kacke. Der war eigentlich kacke. War so richtig kacke. Hatte ich eigentlich noch was vor? Wenn ja, dann hab ich's jetzt grad vergessen. Das war doch unmöglich alles, was ich an Projekten geplant hatte. Oder? Ich glaub, das war's. Oh, der, mir fällt grad nichts ein. Komm, letzte Welle. Dann kann ich den Part auch schön beenden. Ist ungefähr 15 Minuten lang. Dieses Level... Dieser Level war aber lang. Genau, ich hab im letzten Part von mir angeschaut. Ich sag so, es heißt der Level. Dann sage ich fünf Sekunden später, nächstes Level. Ah, ja, ich weiß ja auch nicht. Aber man kann ja beides sagen. Trotzdem sag ich nur der Level. Weil klingt besser und so. Genau, genau. Ja, 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 genau, genau. Tschüss, bis zum nächsten Part.